Supermissile zu legen Aber das ist schon mal gut zu wissen Lass mich mal hier durch Ich will da hin Habe ich nämlich noch gar nicht mal alles erforscht Hallo Bohrmaschine Das sieht so aus Na gut So, dann bin ich jetzt hier Und wirbel mal einfach hier so ein bisschen rum In der Hoffnung, dass ich das Ganze So ein bisschen kategorifieren kann Also ein bisschen Überblick bewahren Wer weiß, wo der nächste Match Heute auch wieder ist Ein Glück, dass Samus nicht schlecht wird Okay, irgendwas wurde auch schon wieder Gescannt Wir haben hier dieses komische Plattformchen Kann man hier sicher durchbauen, ne? Okay So, oh Interessant Interessant Jetzt brauche ich natürlich wirklich langsam dringend Die Supermissiles Uh, Moment Da ist was Da ist was Okay, ich wollte jetzt eigentlich nur erstmal an die Missiles Okay, vielleicht muss ich doch rein Ja, anscheinend muss ich ja rein Okay, irgendwas ist da Interessant Gibt es hier noch was? Nee Okay Nehmen wir erstmal den Ach Okay Okay, das habe ich nicht gewusst Okay Gut Dann haben wir den Ups, ich habe mich immer noch an So So Auf der Minikarte sehe ich jetzt hier erstmal kein Item Dann kann ich sie erstmal durchrollen Lololololololol Llelelelele Di 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 Ein Gegner Ist gewesen Hoppala Da ist der nächste Ah, hier kann ich nicht durchschießen Okay Oder auch Bomben Bomben geht auf Schießen geht schneller Geht's hier weiter? Nein. Aber hier. Okay. Gut. Ich bin mal gespannt, was uns hier... Okay. Du hast uns hier erwartet. Alles klar. Das ist mir ja ganz schön erschreckt. Nee. Wie ich auch immer so schön daneben schieße, ist ja fast schon wieder peinlich. Komm! So. Das war's. Gut. Gibt's hier noch irgendwas, was ich wissen sollte? Nee. Nee. Anscheinend nicht. Das sieht so auch wirklich wie ein in sich geschlossener Tunnel aus. Dann kann ich ja wieder ein ganzes Stück zurückrollen. Das ist so, okay. Dann, dann, dann. Jupp. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Dann nichts wie rauf hier. Läuft ja ganz gut mit dem Space Jump. Man muss nur einigermaßen gut timen können. Oh, hier geht's rein. Okay. Und hier gibt's wieder was. Hier ist wieder ein kleiner Kreis auf der Minimap. Wo denn? Wo denn? Bin hier vielleicht am Schluss? Da! Okay. Gut. Dann haben wir jetzt einen weiteren Messer. Container. Und dann kann ich jetzt hier mal durch. Uh, ein Speicherpunkt. Den nutze ich sofort. Oh Gott. Okay. Das sieht schon alles sehr offiziell aus hier. Ich muss hier definitiv durch. Trotz kleiner Fischer und ein möglicher Dönsee hier. Na, kommen wir nicht zu nah. Das ist meistens keine gute Entscheidung. Na gut. Ist das irgendwo ein Kreis? Okay. Also auch hier scheint ein Item zu sein. Wo denn? Oh. Speed? Ah! Wo kommst du denn her? Ja, was ist eine dumme Frage, ne? Ich glaube, du warst vor mir hier. Aber du musst leider auch vor mir gehen. Guck mal her. Okay. Das ist ja krass. Dann muss ich mich hier irgendwie... wie... Okay. Ja, dann hoffe ich, dass ich den Speedboost auch bald bekomme. Aber wo denn? Nee, ey. Hier gibt's echt Handteln? Fliegende Handteln. Pass. Es gibt sie hier doch. Okay. Okay. Ich kann mich hier durchbomben. Ich hab mich schon gewundert. Und hier brauch ich einen Speedboost. Okay. Hey, alles klar. Siehst du da nach aus, als ob ich den hier irgendwie auch bekomme. Vielleicht hier? Ja. Speedbooster! Okay. Alles klar. Danke, liebes Schosolein. Krieg ich hier noch was? Irgendwie irgendwo, irgendwann? Sollte eigentlich auch reichen. Soll ich mal meinen. Gut. Probieren wir das einfach mal aus. Erstmal mach ich die Handel hier weg. Verschwinde doch mal. Okay. Also, hier rate ich mal, ist schon der erste Speedblock, sag ich jetzt mal. Hä? Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Anscheinend geht das auch so. Sehr gut. Kann ich mir so ein bisschen durchschummeln. Was haben wir hier? Okay, jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen... Ihr haltet aber auch viel aus! Äh, okay. Okay. Uah! Hallo! So. Okay. So langsam verstehe ich's ja. Okay. Jetzt kommt ihr mir einfach mit Sachen. Was ist hier? Irgendwas ist hier. Huch! Okay. Alles klar. Naja, ich habe ja immerhin schon mal Super Metroid gespielt. Von daher kann ich mir schon denken, wie ich da an das Ding ankomme. Nämlich so. Nämlich so. Also beim Speeden runterdrücken und dann kann man so'n super Sprung nach oben machen. Wenn man nicht genug Platz zum Wirbeln hat. Wenn man nicht genug Platz zum Wirbeln hat. Das ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Sehr viel Liebe wieder im Detail. Aber schon allein, dass auch so viele Teilchen davon abspringen. schon. Sehr gut. Oh! Hier haben wir eine Hülle. Gut. Auf der Minikarte sehe ich aber, dass hier ein kleines Loch in der Außenwand ist. Irgendwie muss ich weiterkommen. Okay. Da wie? Ah, da! Gut. Okay. So. Wo bist du, Schätzchen? Da bist du. Nur ein kleines. Ich brauche irgendwie eine gute Ecke, dass ich dich treffen kann. So zum Beispiel. Das hat bei deinem größeren Bruder ja auch gut geklappt. So. Ah! Okay. Okay. Aber immerhin ein weiterer Energietang. Schön. Oh. Okay. Alles klar. Schön. Hat sich doch gelohnt. Äh! Lass mich jetzt durch. Okay. Ich kullere hier einfach durch. Ist mir egal. So. Dü-dü-dü-dü. Wir haben hier wieder einen kleinen Robo. Und anscheinend kann ich hier weiter rollen. Schön. Dü-dü-dü. Das hat aber auch was cooles. Okay. Da komme ich wohl zurück oder wie? Interessant. Ah! Okay. Ich glaube das soll so. Speicherpunkt. Nehmen wir. Und dann kann es weiter gehen. Okay. Aber wenn ich hier bleibe, dann schießen sie nicht. Also rolle ich jetzt einfach hier die Wand hoch. Hier gibt es irgendwas. Ja. Wo denn? Jetzt bin ich hier schon raus. Und das ist der Rückweg anscheinend. Anders geht es so nicht. Okay. Aha! Ich muss hier wieder speeden. Okay. Wah! Hier sind aber viele Gegner. Sehr viele Gegner. Nee, ne? Ich muss mich doch jetzt nicht durch die Masse da durch speeden, oder? Guck mal, wie viel die aushalten. Das ist doch nicht schön. Die muss ich jetzt erstmal alle bekämpfen. Vor allem ist der Klotz da im Weg. Oder ich versuche nochmal, hier so ein bisschen noch was rauszukriegen. Und dann... Dann geht's. Oh, ich hätte nicht springen dürfen. Na, jetzt habe ich aber noch viele Gegner hier übrig gelassen und die Blöcke entspornen anscheinend auch. Na gut, dann weiß ich schon mal so einigermaßen, wie ich das Rätsel hier lösen kann. Aber interessant, dass das so geht. Das habe ich letztens bei einem Speechrun bei Super Match World gesehen, dass einer das so macht. Oh nein! Oh no! Ja, und ihr seid auch wieder alle da. Ja, schön. Ja, hallo, guten Tag. Ich habe euch auch so vermisst, ne? War schön, dass man diese Spiel... Schematik... So, jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Samus, schnell! Geht doch. Okay, es war nur ein Energietank. Für den Ärger hätte ich mir jetzt... Also, beziehungsweise es war ein Missercontainer. Ich hatte auf einen Energietank gehofft. Weil es jetzt doch etwas schwieriger war, finde ich. Aber okay, wir können doch nicht alles haben. Energie... Hauptsache irgendwas, ne? Hauptsache irgendwas, damit wir auch schneller weiterkommen. Da sind wir dann noch mehr von euch. Ich mag euch nicht. Ich mag euch jetzt nicht. Äh... Links oder rechts? Wir hatten vorhin links. Nehmen wir wieder links. Warum den Boom. Okay, wir haben schon Lava. Tú-dü-dü-dü-dü und... Nur nicht runterfallen! Nur nicht in die Lava fallen. Das schmeckt niemals gut! Das bringt immer Schmerzen! arez-dü-däh-düh-däh-düh! T-düh! Hey, Herr Kollege! Naja, so geht es irgendwie. Ich nehme zwar Schaden, aber egal. Hauptsache, du nimmst auch Schaden. So, und bist besiegt. Schön. Und ich kriege wieder Energie zurück, vor allem. Und Missals. Hier ist auch nirgendwo richtiger Boden. Ganz schön gemein als Kampf. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube mal nicht, dass wir hier... Nein, ich bin reingefallen. Ich kann hier nicht wirbeln. Wie die Lava macht, den Roboter anscheinend auch zu schaffen. Glücklicherweise. Aber ich kann hier nicht wirbeln. Ich muss hier irgendwie wieder raus. Ah! Hilfe! Gut, haben wir jetzt geschafft. So, dann nehmen wir jetzt den anderen Weg. Schön, dass ihr auch misspawnd seid. Ich hab euch auch so vermisst. Ähm, okay. Okay, 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 okay. Ich wirbel hier einfach mal durch. So geht's doch irgendwie besser. Merkwürdiger Ort. Sehr merkwürdiger Ort. Komme ich hier nicht weiter? Nee. Ist ja gemein. Das war das Symbol für den Super Missals. Aber ich hab keine. Muss ich hiermit interagieren? Ich hoffe, das funktioniert. Was? Nein. Jetzt hab ich einen Robofreund. Jetzt kann ich den hier steuern, wie ich will. Ähm, okay. Und da liegen zuhauf Super Missals. Warum? Ah, ich glaub, ich verstehe. Ich glaub, ich hab's verstanden. Ich muss jetzt erstmal hier den Weg freimachen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Boden hier genauso ist. Okay, wenn ich gedrückt halte, springt er auch richtig hoch. Kurz aufladen quasi. Das ist echt krass. Das ist doch mal richtig cooles Gameplay. Okay. Dann kann ich ja jetzt weiter. Nee. Ah. Noch eins. Noch eins. Okay. Gut. Dann machen wir das noch schnell. Njup. 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 Das ist schon ziemlich krass. Ich hoffe, du überlebst den Sprung jetzt. Ja. Okay, Vorsicht. Das sieht gefährlich aus. Das hat aber irgendwie schon was. Ich find's richtig cool. So. Naja, immerhin zwei. Da müsste ich schon durchpassen. mein Samus ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er fett ist. So. Okay. Jetzt bin ich hier. Und hier haben wir einen wunderschönen grünen Kristall. Aber der leider nicht zur Deko ist. Der verspät mir den Weg. Okay. Schön. Schön, dass man sowas hat. Was? Ja, geil! Super mehr Salz! Wunderbar! Jetzt muss ich nur anscheinend wieder zurück. Da das so nicht funktioniert. Machen wir es mal so. Hahaha. In tausend Scherben. Zerfallen. Wunderbar! Wir haben super Missiles. Jetzt kann ich mich überall wirklich durchballern, wie ich es will. Oder so einfach mal durchspringen. Jetzt bin ich richtig gut gerüstet. Jetzt bin ich richtig gut gerüstet. Ich habe Speedbooster. Ich habe Super Missiles. Was mir auch wieder sämtliche Türen öffnet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier renne ich einfach durch. Ist mir egal, ob ich Schaden bereite oder nicht. Okay. Ich habe leider nur ein, zwei Schuss, glaube ich, gehabt. Oh. Oh. Ja. Ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. Ja, ja, ja. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Alles gut. Ich will dann jetzt zurück zum Speicherpunkt. Ach, jetzt seid ihr wieder da. Jetzt seid ihr ja auch wieder da. Ich bin ja schon weg. Ja, ich freue mich. Ja, ja. Ja, ja. Tschüss. Und hier ist der letzte Speicherpunkt gewesen. Und hier beende ich dann auch den Part mit großem Erfolg, würde ich mal meinen. zwei von zwei Supermesser glücklicherweise werden die beim Speicherpunkt hier auch immer wieder aufgeladen und Speedbooster. Läuft. Läuft. Uns fehlt eigentlich noch eine Sache, glaube ich, hier. Was könnte das denn jetzt sein? Also mir fehlen auf jeden Fall auch sehr viele Beams. Ich habe nur den Charge Beam bisher. Aber okay. Lassen wir uns einfach überraschen. Ähm. Ja. Meine Lieben, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Kommentieren. Abonnieren. Bald wieder einschalten. Bis dann. Und Tschüss. 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 Tschüss.